Der Paz gewährleistet, ein auskunfts- und juristisches Verhältnis Vertretungsrecht und das Recht, die Auskunft zu verweigern Das Recht auf gegenseitigen Unterhalt, solange der Paz in Kraft ist Erhöhte Steuerfreibeträge für Schenkungen innerhalb der Partnerschaft und für den Erbfall Die Möglichkeit, das zu versteuernde Gesamteinkommen zu gleichen Teilen auf beide Personen zu verteilen Die Möglichkeit eines Rentensplittings, wenn beide Personen einverstanden sind Dies bedeutet, dass die Ansprüche auf Rente, die während der Dauer des Paz erarbeitet werden, geteilt werden können Nach der Trennung einen einmaligen finanziellen Ausgleich von Vermögenswerten Darin sind Sorgeleistungen und Arbeitsleistungen enthalten, die für die Partnerschaft erbracht wurden Es ist in beiderseitigem Einvernehmen auch ein Zugewinnausgleich möglich, wenn dies bei Beginn vereinbart wurde Wer das Leben gemeinsam gestalten will, ohne verheiratet zu sein, braucht Sicherheit Diese Sicherheit bedarf einer gesetzlichen Grundlage Wer unentgeltlich Sorgearbeit leistet, wer auf Vollzeiterwerbstätigkeit verzichtet und dadurch weniger verdient oder erwerbslos ist Soll wissen, dass daraus keine Nachteile erwachsen Der Pakt für das Zusammenleben ist gelebte Solidarität Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Paz gewährleistet Ein Auskunfts- und juristisches Vertretungsrecht und das Recht, die Auskunft zu verweigern Das Recht auf gegenseitigen Unterhalt, solange der Paz in Kraft ist Erhöhte Steuerfreibeträge für Schenkungen innerhalb der Partnerschaft und für den Erbfall Die Möglichkeit, das zu versteuernde Gesamteinkommen zu gleichen Teilen auf beide Personen zu verteilen Die Möglichkeit eines Rentensplittings, wenn beide Personen einverstanden sind Dies bedeutet, dass die Ansprüche auf Rente, die während der Dauer des Paz erarbeitet werden, geteilt werden können Nach der Trennung einen einmaligen finanziellen Ausgleich von Vermögenswerten Darin sind Sorgeleistungen und Arbeitsleistungen enthalten, die für die Partnerschaft erbracht wurden Es ist in beiderseitigem Einvernehmen auch ein Zugewinnausgleich möglich, wenn dies bei Beginn vereinbart wurde Wer das Leben gemeinsam gestalten will, ohne verheiratet zu sein, braucht Sicherheit Diese Sicherheit bedarf einer gesetzlichen Grundlage Wer unentgeltlich Sorgearbeit leistet, wer auf Vollzeiterwerbstätigkeit verzichtet und dadurch weniger verdient oder erwerbslos ist Soll wissen, dass daraus keine Nachteile erwachsen Der Pakt für das Zusammenleben ist gelebte Solidarität Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Paz gewährleistet Ein Auskunfts- und juristisches Vertretungsrecht und das Recht, die Auskunft zu verweigern Das Recht auf gegenseitigen Unterhalt, solange der Paz in Kraft ist Erhöhte Steuerfreibeträge für Schenkungen innerhalb der Partnerschaft und für den Erbfall Die Möglichkeit, das zu versteuernde Gesamteinkommen zu gleichen Teilen auf beide Personen zu verteilen Die Möglichkeit eines Rentensplittings, wenn beide Personen einverstanden sind Dies bedeutet, dass die Ansprüche auf Rente, die während der Dauer des Paz erarbeitet werden, geteilt werden können Nach der Trennung einen einmaligen finanziellen Ausgleich von Vermögenswerten Darin sind Sorgeleistungen und Arbeitsleistungen enthalten, die für die Partnerschaft erbracht wurden Es ist in beiderseitigem Einvernehmen auch ein Zugewinnausgleich möglich, wenn dies bei Beginn vereinbart wurde Wer das Leben gemeinsam gestalten will, ohne verheiratet zu sein, braucht Sicherheit Diese Sicherheit bedarf einer gesetzlichen Grundlage Wer unentgeltlich Sorgearbeit leistet Wer auf Vollzeiterwerbstätigkeit verzichtet und dadurch weniger verdient oder erwerbslos ist soll wissen, dass daraus keine Nachteile erwachsen Der Pakt für das Zusammenleben ist gelebte Solidarität